Hallo liebes Cannabines Publikum! Ich bin der Micha und finde, dass im Rahmen der Cannabis-Legalisierung viel zu selten über die Korruptions- und Geldwäschegefahr gesprochen wird. Deshalb möchte ich in dieser Sendung mal erklären, wieso ich glaube, dass das BMG, das Bundesgesundheitsministerium, da was ganz Elementares versäumt hat, was man im April 2023 spätestens schon wusste. Und warum Malta mehr gegen die Korruptionsgefahr bei der Cannabis-Entkriminalisierung tut, als Deutschland, erfahrt ihr in dieser Sendung. Ja, ich habe ja in der letzten Sendung den Stefan von Hanfzeit interviewt, der sollte ja eigentlich letztens vor Gericht sein. Jetzt wurde der Termin auf unbestimmte Zeit verschoben und wer das alles verpasst hat, der abonniert mich und drückt am besten die Glocke. Dankeschön. Und bevor es um Korruption und Geldwäsche geht, natürlich wie fast in jeder Sendung mittlerweile ein kleines Update zum Cannabis-Gesetz. So eben, heute, am 3.2. Freitag, wurde verkündet, dass die Fraktionen sich auf die Entkriminalisierung, auf die Säule 1 endgültig geeinigt hätten und dass es in der nächsten Sitzungswoche vom 19. bis 23.2. dann abgestimmt wird. Hurra, hurra, im Bundestag ist man sich zumindest einig. Ja, dann kommt die nächste Plenarsitzung des Bundesrates, ja, auch da muss es doch abgesegnet werden. Die ist am 22.3. und nun glaube ich nicht, dass es bis zum 1.4. in Kraft treten wird, denn, ich zitiere, Das beschlossene Gesetz wird zunächst gedruckt und dem Bundeskanzler sowie dem zuständigen Fachminister zur Gegenzeichnung vorgelegt. Anschließend erhält der Bundespräsident das Gesetz zur Ausfertigung. Er prüft, ob es verfassungsgemäß zustande gekommen ist und nicht inhaltlich offenkundig gegen das Grundgesetz verstößt. Danach unterschreibt er es und lässt es im Bundesgesetzblatt veröffentlichen. Das heißt, da hätten wir vom 22.3. bis 1.4. noch acht Tage, das muss durch drei Hände gehen, das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ein paar Tage später, aber Hauptsache, es tritt dann auch wirklich in Kraft. Ich hoffe nur, dass die Justizminister der Länder da nicht in letzter Sekunde vielleicht noch zwischengrätschen im Bundesrat, aber ich denke nicht, dass die SPD sich diese Blöße gibt. Trotzdem, wie alles wieder, ohne Gewehr. Warum habe ich noch so ein bisschen Bedenken, was den Bundesrat betrifft? Da müssen wir eine kleine Rückblende machen. Ich habe ja immer gesagt, es wäre in meinen Augen besser, wenn die Clubs, die Social Clubs von der Cannabis-Agentur lizenziert und sozusagen verwaltet würden. Im Cannabis-Gesetz ist das aber jetzt reine Ländersache und da sagen die Länder vielleicht auch zu Recht, Moment, das ist doch gar kein Zustimmungsgesetz gewesen und deswegen, wenn die Länder jetzt eine Zuständigkeit haben, aber kein Mitspracherecht, das geht ja nicht. Und deswegen hat Bayern jetzt zum Beispiel eine sehr strenge Cannabis-Kontrolleinheit angekündigt, die dann von der zuständigen Behörde sozusagen losgeschickt wird, um die Clubs zu kontrollieren. Auch der saarländische Justizminister hat sich letzte Woche noch in der Presse beschwert über das Gesetz. Und ich hoffe nicht, dass die Bedenken, die die Länder jetzt noch ständig immer noch äußern, in letzter Sekunde dazu führen, dass die SPD sich da im Bundesrat eine Blöße gibt. Mit den Social Clubs ist ja eh noch nicht ganz klar, wie die Länder das dann umsetzen werden, mit den Lizenzierungsbehörden und so. Und deswegen das heutige Thema Korruption und Geldwäschegefahr im Rahmen des Cannabis-Kontrollgesetzes hat auch was damit zu tun, dass die Social Clubs nicht von einer zentralen Behörde, sondern von 16 verschiedenen Behörden verwaltet werden sollen. Ja, die immer noch unklare administrative Lage, sage ich mal, zu den Cannabis-Social Clubs und auch die Abgabe der Verwaltung an die Länder hat mit dazu beigetragen, dass nicht nur die CDU-Länder, sondern auch einige SPD-geführte Länder da immer noch sehr skeptisch sind. Ich hoffe, das wird im Bundesrat bis zum 22.03. dann doch noch durchkommen. Und diese Schieflage im Cannabis-Kontrollgesetz zu den Cannabis-Social Clubs hat auch was mit der heutigen Sendung zu tun. Denn Korruptionsgefahr und Geldwäschegefahr ist auch aufgrund einer Schieflage im Cannabis-Gesetz in meinen Augen entstanden, die man von vornherein hätte verhindern können. Wer wissen möchte, warum besser die Cannabis-Agentur als die Länder für die Clubs zuständig sein sollte, guckt sich am besten mal die Sendung dazu an. Bevor ich das Cannabis-Gesetz schon wieder kritisiere, ja Leute, ich möchte auch sagen, das ist das geringste Übel, was uns derzeit passieren kann. Ich habe auch bei den Anfragen, die ich euch gleich vorstellen werde, gemerkt, jetzt wird da auch nichts mehr geändert. Ja, selbst wenn sie sehen, dass sie vielleicht die eine oder andere Sache vergessen haben, ganz wichtig ist, das Ding kommt jetzt durch. Und wenn ich das kritisiere, tue ich das nicht, um Wasser auf die Mühlen unserer Gegner zu tun, sondern um das Cannabis-Gesetz sozusagen zu verbessern, auf lange Sicht, sage ich mal, so zu gestalten, dass es für alle Seiten sicher ist. Nicht, dass es in zwei oder drei Jahren heißt, guckt mal, da treiben sich doch nur Kriminelle und Geldwäscher rum und zweitens gibt es auch noch eine Menge Korruption. Denn, das ist in den USA der Fall. In den USA gibt es heftigste Probleme in Kalifornien, aber nicht nur in Kalifornien, in Pennsylvania. Gibt es Probleme mit Bestechungen auf, sage ich mal, niederer Ebene, wenn es um die Lizenzierung geht von Beamten. Es gibt Probleme mit Bestechungen von Politikern. Der Grund dafür ist, dass Medical Dispensaries ja ähnlich agieren wie Coffeeshops. Und diese Coffeeshops oder auch Verkaufsstellen, Fachgeschäfte, gibt es nur in sehr wenigen Bundesstaaten. Medical Dispensaries gibt es mittlerweile in sehr vielen Bundesstaaten. Zudem gibt es ja noch den illegalen Grenzverkehr von Bundesstaat zu Bundesstaat von Cannabis. Und das ist ein ziemliches Chaos geworden. Und man findet mittlerweile ständig Artikel über Cannabis-Lizenzierung, Cannabis-Korruption. Das liegt daran, dass es in den USA auf Bundesebene immer noch illegal ist. Und bei was Illegalen kann man ja keine Gegenmaßnahmen beschließen auf Bundesebene. Ist ja klar. Bei uns ist das etwas anders gelagert. Aber die Gefahr der Korruption ist bei uns auch vorhanden. Warum ist sie vorhanden? Weil bei uns die Cannabis-Clubs als Teil der Säule 1 der Legalisierung im Prinzip die einzigen legalen Abgabestellen für Cannabis sind. Und wie es aussieht, auch viel übernehmen würden, was sie sonst eigentlich nicht übernehmen würden, wenn es Fachgeschäfte gäbe. Dazu habe ich auch eine Sendung gemacht, warum ich finde, dass Cannabis-Clubs nur ordentlich funktionieren können, wenn es parallel Fachgeschäfte gibt. Wenn es euch interessiert, schaut euch die doch einfach mal an. Ja, und was ich damals in der Sendung schon erklärt habe, ich kann es verstehen, wenn Business-Tudes da eine Lücke suchen. Ja, wenn sie noch keine Shops aufmachen dürfen. Aber doch bitte nicht auf Kosten der Club-Kultur, der Vereinskultur. Was denkt ihr? Sollten Clubs lieber so ziemlich groß sein und von Sponsoren und Investoren betrieben werden und finanziert werden? Oder steht ihr eher auf so kleinen Hippie-Clubs? Das bitte alles unten in die Kommentare. Dankeschön. Das größte Problem habe ich auch mit den ganz großen Clubs, die derzeit überall aus dem Boden sprießen. Denn große Clubs brauchen viel Geld zum Loslegen. Ist ja klar, wenn man sich das so zusammenrechnet, da kommen schnell mal Mitgliedsbeiträge von 75.000 Euro im Monat zusammen. Kosten, Unkosten, Ausgaben, Einnahmen. Also große Clubs brauchen viel Geld zum Loslegen. Das ist ja grundsätzlich gar nicht verwerflich. Aber das Vereinsgesetz ist ja eigentlich gar nicht für so große Geldflüsse gedacht. Wer so große Clubs verwaltet, der hantiert schnell mit einer sechsstelligen Summe im Monat. Und genau deshalb hat Malta in sein Cannabis-Club-Gesetz zwölf Seiten Antikorruptions-, Antigeldwäsche-Maßnahmen mit reingenommen. Und ich sehe da gleich eine doppelte Missbrauchsgefahr in unserem Cannabis-Club-Gesetz. Denn zum einen ist es theoretisch, in meinen Augen zumindest, möglich, dass dort illegale Gelder sozusagen gewaschen werden, die wer weiß vorher kommen. Und zum anderen verleitet es auch, weil ja über niedrige Beamte sozusagen lizenziert wird. Die geben dann Lizenzen aus, wo es um Hunderttausende Euro geht, ja. Und wer sagt, Mensch, wir sind doch hier in Deutschland keine Bananenrepublik, schaut euch mal die Zeitungsmeldungen der letzten Jahre an, ja. Also auf niedriger Ebene Beamtenkorruption ist in Deutschland, obwohl wir im Korruptionsindex weltweit auf Platz 9 liegen, doch mittlerweile relativ verbreitet. Wenn es hier in der Folge um Korruption geht, ich meine natürlich Bestechung. Wer schreibt wohl das überzeugendste Konzept, wenn es darum geht, im Bayerischen Landratsamt eine Lizenz für einen Cannabis-Club zu kaufen? Der Kiffer-Freundeskreis aus XY, der Bock hat, einen Club aufzumachen? Oder der, der schon Mitgliedsbeiträge und Investitionen von über 100.000 Euro in seinem Geschäftsplan stehen hat? Wer kriegt die Lizenz? Meine Frage. Könnt ihr mir in den Kommentaren bitte beantworten, ja. Wer kriegt die Lizenz? All diese Gedanken sind wohl auch einer Referentin im Bundesgesundheitsministerium durch den Kopf gegangen. Und die hat dann das Bundesfinanzministerium und das Bundesinnenministerium aufgefordert, Antikorruptionsmaßnahmen, Antigeldwäschemaßnahmen ins Gesetz zu schreiben. Ich zitiere. An BMI, also Bundesministerium fürs Innere, und BMF, also das Bundesministerium für Finanzen. Bitte gegebenenfalls weitere Erlaubnisvoraussetzungen, Maßnahmen und oder Antragsunterlagen zur Verhinderung von Geldwäsche und organisierter Drohungskriminalität ergänzen. Dann hat sie noch das entsprechende Papier der maltesischen Regierung verlinkt. Ich habe mir das mal angeschaut. Das sind zwölf Seiten. Das ist ein echter Hintergrundcheck, wo Leute, die besonders viel Geld sozusagen investieren, auch beweisen müssen, wo dieses Geld herkommt. Ja, ist ja kein Problem, wenn es legal ist. Im Cannabiskontrollgesetz wurde ja im letzten Jahr heftig gestritten. 25 Gramm, 30 Gramm, 50 Gramm, 60 Gramm, 100 Meter, 200 Meter Abstand, THC-Gehalt für Jugendliche, für alle. Also man war sich über ganz viele Dinge uneinig, wo wahre Experten, wo echte Experten sagen, Moment, das ist doch gar nicht so wichtig. Aber die Antikorruptionsmaßnahmen, schaut euch doch mal den Gesetzentwurf an, die damals vorgeschlagen wurden, ähnlich wie Malta, die sind nicht reingekommen. Die haben ihren Weg wirklich nicht ins Gesetz gefunden. Und Malta? War da nicht was? Irgendwie Geldwäscheparadies Malta? Habe ich da so im Hinterkopf? Deutschland worse than Malta? Auweia. Da habe ich mir gedacht, Mensch, da fragst du doch mal bei den drei Ministerien nach, was mit diesen Anmerkungen von der Referentin passiert ist. Da kamen dann noch sehr schnell die drei Antworten. Das BMG schreibt mir, vielen Dank für Ihre Anfrage. Aus Respekt vor dem Parlament können wir den aktuellen Stand des KANGI im Detail nicht kommentieren. Es ist Sache des Parlaments, letzte Änderungen vorzunehmen und die zweite und dritte Lesung anzusetzen. Gut, also nischt. So, vom Bundesinnenministerium kam, die Federführung für das KANGI liegt beim Bundesgesundheitsministerium, weshalb Sie sich bitte an unsere dortigen Kolleginnen und Kollegen wenden müssten. In der Anmerkung stand aber auch an das BMI. Und last but not least, schreibt mir das Bundesministerium für Finanzen, haben Sie vielen Dank für Ihre Anfrage. Aufgrund des laufenden parlamentarischen Verfahrens können wir den aktuellen Stand des KANGI im Detail nicht kommentieren. Okay, also nischt. Wenn euch die Sendung und die Anfragen an die Ministerien heute gefallen haben, dann helft mir doch sowas öfter zu machen und unterstützt mich bei Patreon.com slash der Micha. Dankeschön. Das Einzige, was ich sagen kann vom Bundesinnenministerium, ja, der verweist ans BMG, die sind sicher nicht zuständig für Korruptionsprävention und Geldwäscheprävention im Bundesgesundheitsministerium. Also da sind das Innenministerium und das Finanzministerium eigentlich schon die richtigen Ansprechpartner. Ich habe ja eben schon erwähnt, dass ich eine zentrale Behörde wie die Cannabis-Agentur, die die Clubs dann lizenziert und kontrolliert, für weitaus weniger anfällig hielte als das derzeitige Modell. Die größte Gefahr wird dadurch verursacht, dass es keine Fachgeschäfte gibt und sich deshalb viele Menschen, ich sage es mal, verstellen müssen. Weil die größte Gruppe der Konsumierenden, die Freizeitkonsumierenden, die weder groß an einem Club interessiert sind, noch Patienten sind, die gehen dann entweder in den Cannabis-Club oder, wer das nicht machen will, der wird dann entweder auf den Schwarzmarkt gehen oder in die Apotheke. Verstellen Sie sich am Ende noch als Fake-Patienten, das kann ja nicht Sinn der Sache sein, dass unser gutes Cannabis-als-Medizin-Gesetz dann auch irgendwie unterwandert wird, weil unser Staat die Legalisierung nicht richtig hinkriegt. Also eine zentrale Behörde wäre einfach viel weniger anfällig für das ganze Länderhickhack und natürlich auch für Korruption. Und wenn es dann ganz viele Landratsämter oder ganz viele Behörden gibt, die dann diese Lizenzen auf lokaler Ebene vergeben, das wird in meinen Augen schiefgehen. Ja, so von heute auf morgen, das erinnert mich alles so ein bisschen an Zeiten der Corona-Hilfe und den Background-Check zur Corona-Hilfe. Alles so ein bisschen noch nicht so ganz reguliert, aber es geht trotzdem schon um viel Geld. Und wenn es um die Korruption auf niedere Beamten-Ebene geht, was ich ja schon gesagt habe, ist eine zentrale Behörde ja sicher viel weniger anfällig für sowas, als, sage ich mal, wie viele hundert Landratsämter in Deutschland, an die man sich dann wenden muss. Und da könnten wir es doch einfach ähnlich halten, besonders bei großen Clubs mit großem Investitionsvolumen, einfach mal einen Background-Check der Finanzierung und der Player. Kann doch nicht sein, dass eine Vorstrafe wegen Cannabis ein Ausschlussgrund ist oder bisher so ziemlich der einzige Ausschlussgrund ist, um da wirklich im Club richtig aktiv zu werden. Und das macht mich so ein bisschen stutzig, das macht mich so ein bisschen traurig. Also Cannabis-Vorstrafen schließen für viele Dinge aus. Keine Lizenz, aber wenn man eine fette Finanzierung vorlegt, muss man jetzt nicht unbedingt im Detail nachweisen, wie man die auf die Beine gestellt hat. Worst than Malta, sage ich da nur. Wie könnte man dem entgegenwirken? Ich finde die, sage ich mal, Korruption auf Niederhaar Ebene, wie sie in Deutschland immer wieder vorkommt, könnte man einfach durch eine zentrale Behörde, durch die Cannabis-Agentur komplett vermeiden. Eine zentrale Behörde, eine Bundesbehörde zu bestechen, ist in Deutschland doch recht schwierig. Und da gibt es auch ganz viele andere Gründe für, warum ich finde, dass die Cannabis-Agentur in Charge, in Verantwortung für die Clubs gehen sollte und nicht, was weiß ich, wie viele Landratsämter oder Gesundheitsämter oder wer immer dann auch in die Verantwortung gehen muss. Ja, was Geldwäsche betrifft, finde ich, dass besonders bei großen Clubs, ja, ein kompletter Background-Check ähnlich wie in Malta gemacht werden sollte. Nicht so, dass es wie derzeit, wenn auf dem Führungszeugnis steht, er ist wegen Cannabis-Anbau vorbestraft, dann darf er nicht im Club agieren. Und auf der anderen Seite fragt keiner, wo das viele Geld herkommt, dass man in die Gründung dieses Clubs investiert hat. Und was dann auch noch legal ist, was mir aber auch nicht gefällt, was ich so ein bisschen fraglich finde, sind dann, sage ich mal, große Investoren, die jetzt leider, sage ich mal, keine Shops aufmachen konnten und jetzt versuchen sozusagen über die Cannabis-Clubs so eine Art Workaround zu finden. Ich möchte hier keinem was unterstellen, aber ich habe zum Beispiel rausgekriegt, dass bei Cannabis.de, das ist so eine neue Club-Plattform, derselbe Betreiber wie bei Wall Street Online und wie bei Smart Broker im Impressum steht. Und da frage ich mich und da frage ich euch auch, sind das wirklich die Leute, die die Cannabis-Enthusiasten-Clubs in Zukunft betreiben sollten? Oder steckt da vielleicht ein anderes Interesse hinter, das man jetzt noch nicht umsetzen kann und deswegen sozusagen ein Workaround sucht? Weil wenn man sich diese Modelle auch für die großen Clubs anschaut, ja, das klingt doch alles schon sehr professionell und sehr auch kommerziell und wird dem ursprünglichen Club-Gedanken in meinen Augen auch überhaupt nicht gerecht. Ja, keine Folge ohne Lösung, ohne Verbesserungsvorschlag. In meinen Augen sollten Cannabis-Clubs autark agieren und langsam wachsen, ja. Ich erinnere mich da zum Beispiel, als ich klein war, als mein Vater einen Tennis-Club aufgemacht hat, ja. Der ist heute so ziemlich groß, der Tennis-Club, aber die haben damals auch, ich glaube, mit 20 Leuten oder so angefangen. Und das ist auch ein hohes Investitionsvolumen, ja. Vier oder fünf Tennisplätze zu bauen, da ein Clubheim zu bauen. Die haben das am Anfang alles in Eigeninitiative geschafft, hatten natürlich auch ein bisschen Gelder von lokalen Sponsoren, ja, das lokale Sporthaus war an Bord und solche Dinge. Und dann hat man es geschafft, das auf Reihe zu kriegen, ganz alleine. Und so ist das Gesetz, glaube ich, auch gedacht, ja. Es soll natürlich nicht komplett sponsorenfrei sein im Rahmen des Gesetzes, solange das legal ist. Selbstredend, einfach langsam wachsen. Ein paar werden sicher später zum FC Bayern München oder zum BVB, ja. Die haben auch alle mal klein angefangen und sind jetzt riesige Clubs, aber das darf man nicht vergessen, ja. Der FC Bayern München hat auch nicht mit Rieseninvestoren angefangen, sondern das Ganze hat sich langsam entwickelt dort, ja. Und ich sage mal, das beste Gegenbeispiel dazu, RB Leipzig. Und da sage mir mal einer, dass der RB Leipzig der Fankultur geholfen hätte, ja. Und eine ähnliche Gefahr sehe ich halt bei den Cannabis-Clubs, ja, dass wir dann eine Art RB Leipzig als Cannabis-Club haben und dass dann die wahren Interessen der Cannabis-Enthusiasten in so einem Verein dann halt auch gar nicht mehr so richtig vertreten werden, ja. Sorry, jetzt bitte keinen Shitstorm von Bayern-Fans, Dortmund-Fans, Leipzig-Fans und Schalke-Fans, Leute, ja. Das war wirklich nur ein Beispiel, ja. Auch nicht von den Leipzigern, ja. Ihr spielt guten Fußball und das Konzept ist halt nicht meins. Das Problem bei der ganzen Sache ist, wenn die Säule 2 nicht zeitnah kommt, dann bleibt das, was ich eben gerade erklärt habe, natürlich ein Wunschtraum, weil auf lange Sicht ist das nicht möglich und da wird sich das natürlich auch, sage ich mal, zu größeren Clubs entwickeln, wenn es keine Fachgeschäfte zeitnah geben kann. Und dann sollten wir wenigstens das Gesetz nachbessern und ähnlich wie in Malta die Idee der Referentin im Bundesgesundheitsministerium doch vielleicht ans Gesetz anheften. Ja, die Zeit ist knapp und ich kann auch verstehen, wenn alle sagen, ich möchte lieber jetzt dieses Cannabis-Gesetz als gar keins haben. Ich möchte auch kein Miesepeter sein wie in Kalifornien oder auch aktuell in Thailand, wo sogar einige Unterstützer der Legalisierung sagen, weil das Gesetz nicht ausgereift ist, oh, so funktioniert es nicht, wir müssen es rückschrauben. So weit möchte ich es hier gar nicht kommen lassen. Und deswegen mein Appell an alle, auch an die Politik, guckt da nochmal genau rein in das Cannabis-Gesetz. Man kann die Korruptionsgefahr, man kann die Geldwäsche-Gefahr besser bannen. Und das ist in meinen Augen auch viel wichtiger als die geringe Menge, die man besitzen darf oder die Menge, die man anbauen darf zu Hause. Ob das jetzt drei oder vier Pflanzen oder 50 oder 60 Gramm sind, ja, das finde ich viel unwichtiger, als dass man das ganze Ding auf stabile Beine stellt, sodass es uns in zwei, drei Jahren von eventuell einer anderen Regierung nicht wieder um die Ohren gehauen wird. Also wenn es gut läuft, dann wird das Cannabis-Gesetz so kommen mit all den Fehlern, die jetzt drin sind. Dann ist das Cannabis-Gesetz die Grundlage zur nächsten Schieflage, aber mit viel weniger Knast für Beat. Und das ist doch auch schon mal was, oder? So, das war es dann auch schon wieder fast für heute. Ich hoffe, euch hat die Sendung, euch hat die Recherche wieder gut gefallen. Bleibt mir dann noch übrig, euch zu empfehlen, mich ab und zu mal auf der Micha mit einer 3 auf Instagram zu besuchen. Da gibt es dann auch regelmäßige Updates zum Cannabis-Gesetz, zum aktuellen Stand. Dann auf Facebook, Michael Knot natürlich. Und unterstützt mich doch auf patreon.com.de In diesem Zusammenhang auch nochmal Big Up an alle meine Unterstützer bei Patreon. Ja, bleibt mir nur noch übrig zu sagen, treibt es auf gar keinen Fall zu dolle. Wir sehen uns spätestens in zwei Wochen hier auf diesem Kanal wieder. Bis dahin sage ich einmal Tschüss. Bis dahin sage ich mal Tschüss.